Rabatt, Rabatt, das lässt es sagen, wird vorher immer draufgeschlagen. Was sagt der Experte? Ja, selbstverständlich. Die schlagen halt einiges drauf und dann verkaufen sie es halt billiger. Also Sie glauben, das wird vorher draufgeschlagen? Ja. Wäre Ihnen nicht lieber, wenn es gleich den geilsten Preis geben würde? Ja, sicher. Nicht? Klar. Experten wissen, bei Saturn hat man gleich den geilsten Preis. Saturn, Geiz ist geil!